Ich habe noch keine Daten, ich kann keine Analyse durchführen, wenn Sie mir keine Zahlen liefern. Ist Kate McKay eine erfolgreiche Karrierefrau? Sie sind eine Rarität unter den Frauen, Kate, Sie sind wie ein Mann. Ohne Liebesleben. Aber in diesem Frühjahr... Sehst du gerade? Ja. ...wird alles anders. Ich habe es entdeckt, etwas, das die Arbeit meines ganzen Lebens bestätigt. Ein Portal in das Jahr 1876. Ich bin dem Herzog von Albany durch das alte New York gefolgt. Dem Herzog? Ja, und jetzt kommt der Knaller. Der Knaller? Er ist mir nach Hause gefolgt. Wo bin ich? Sie sind noch immer in New York. Das, Sir, ist nicht New York! Naja, ich fürchte doch. Und Sie sind anscheinend Sergeant Pepper? Jemand muss ihn im Auge behalten. Er kennt unsere Gewohnheiten nicht. Kommen Sie, wir wollen los. Würden Sie das wohl entfernen? Wollen Sie damit andeuten, dass es hier ein Gesetz gibt, welches Ehrenmänner dazu zwingt, Exkremente von Hunden aufzuheben? Ich will damit andeuten, dass Sie den Kackhaufen jetzt aufnehmen. Er hält sich für einen Herzog. Ja, ist das nicht cool? Wir sind ein komischer Vogel. Das Ding macht nichts als Ärger. Es ist doch nur ein Toaster. Der General von Electric, der ihn gebaut hat, hätte ihn auch mal ausprobieren sollen. Ich muss zugeben, er sieht gut aus, ist höflich. Wieso stehen Sie auf? Ich bin es so gewohnt, wenn eine Lady den Tisch verlässt. Sie schlafen noch nicht mit ihm, oder? Nein. Was? Meg Ryan. Ich hab nicht viel Glück mit Männern. Hugh Jackman. Du glaubst immer noch nicht, dass ich der bin, der ich behaupte zu sein? In einer Geschichte über einen Mann und eine Frau? Sie müssen wieder zurück. Ich finde, du solltest mir endlich sagen, wer du bist. Ich bin der Mann, der deine Schwester liebt. Sag das nochmal. Die nicht hinnehmen, dass ein paar Jahrhunderte zwischen ihnen stehen. Ich will noch mehr von diesem 1876. Kate und Leopold.